Guten Tag, Michael Schumacher ist und bleibt eine Legende des Rennsportes. Mit sieben Weltmeistertiteln kann er sich bis heute zu den erfolgreichsten Formel-1-Fahren aller Zeiten zählen. Aber dass er das schafft, obwohl er seit 2013 so gut wie von der Bildfläche verschwunden ist, das hat selbst die echten Fans von ihm verwundert. Er hat es wieder einmal unter Beweis gestellt, zwar gibt es noch andere, die mehr geschafft haben, aber er ist immerhin auf Platz 4 und das obwohl er nicht persönlich bei der Übergabe sein wird leider. Die Rede ist von seinem Rennwagen, immer wieder werden diese versteigert, so auch jetzt die wenigsten Fans hätten sich das aber leisten können, denn der Bolide ging in Monterrey in Mexiko für eine stolze Summe von rund 6,2 Millionen Euro über den Tisch. Damit belegt der Ferrari von 1998 jedoch nur den vierten Platz der teuersten Formel-1-Rennwägen aller Zeiten. Die Summe ist dennoch unglaublich und er zeigte damit einmal mehr, dass er nicht vergessen ist. Eines ist sicher der neue Besitzer muss ein großer Fan sein, wenn er bereit ist so viel Geld zu bezahlen.